Jo. Hab ich jetzt mal, also ich hab jetzt mal vier Steine. Wenn wir noch irgendwie was zusammenkriegen für mehr, dann... ...passt's ja. Zwei bräuchten wir ja noch. Dann könnten wir wieder ein Portal aufreißen. Wir können los. Ich glaub ich hab auch noch welche. Wir könnten mal gucken, ob ein Event ist. Da kriegen wir relativ viel Erfahrung. Äh ja, da war ja ein Event. Ich guck gleich nochmal an. Ich hab jetzt... ...gerade nicht drauf geguckt. Ich möchte jetzt aber, solange wir hier sind, kurz was ausprobieren. Gucken wir mal, ob ich hier aus den Bäumen irgendwas rausbekomme. Ja, wir haben noch ein Event. Ja, aus den Bäumen... ...gibt das ein... ...Kohle, komischerweise. Feuerbären. Feuerbären, okay. Es muss ja irgendein neues Harz sein, aus neuen Bäumen. Oder aus Bäumen in weiteren Welten. Ja, ich glaub eher, dass das... ...flammende Palmsetzlinge. Ich glaub eher, dass das andere Bäume sind. Hm, doch, Goldharz. Haha. Aus welchen? Ja. Aus den etwas kleineren. Warte mal. Ich komm mal zu dir. Au. Hm, brauchst du nicht mehr kommen. War das ein Feuerimp? Das war auf jeden Fall ne Palme war das. Ne Palme? Jo. Warte mal. Lass mich die mal klopfen. Ne. Gut. Ja, da war doch grad auch ne kleinere Palme, oder? Gut, kann auch sein, dass das Ding ne geringe Drop Rate hat. Ja, das kann natürlich auch sein. Oder war das jetzt so n Ding? Ne. Eins hab ich jetzt auf jeden Fall. Eine Goldharz. Au. Rucksack voll. Rucksack voll. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Aua. Merz. Okay, ich lauf in die andere Richtung. Die Gegner sind mir- die Gegner sind mir zu brutal. Ah, ok. Andere Richtung. Nix. Doch! Ich hätte vielleicht mal deinen Rucksack lernen sollen. Ach du Sch... ...ist hier voll. Ach, nöööööö. Tötet mich doch weiter, genau. ich mein definitiv mein rucksack leeren soll ok wie komme ich jetzt hier weiter was war das jetzt für ein baum ich weiß es nicht einfach eine geringe dropprate haben denke ich da war wieder eins war eine ganz normale palme ganz normale palme so wie es hier zu tausenden gibt versuchen wir unser glück auch hier nur sechs das heißt ich habe jetzt zwei oder so müsste jetzt kann man mal gucken wie fliegt die wollen mich töten so pass auf wir haben wir nicht dass wir gleich mal machen wenn die so schwer zu kriegen sind wenn ich echt probleme haben neue rüstung zu bekommen weil ich glaube das geht alles nur mit dem goldharz ja gut das wird ein bisschen dann überspringst du die überrüstung halt es sei denn die werden irgendwie ein bisschen einfacher zu finden dann später in weiteren welten wird es wahrscheinlich so die eine der ersten welten sein wo das überhaupt kommt so ganz ehrlich kommen die zwei eier weg damit die heilen null so die sprengbomben die können auch weg wo sind die jetzt hin die stein spitzhacke die kann auch weg auch kein mensch mehr so hier müsste doch eigentlich noch irgendwo ein portal sein oder haben wir das schon hier müssen noch zwei sein noch zwei holy moly ähm okay ja hier sicherlich keins doch eins ist offen ja sind wir da schon durch in einem müsste durch sein weil eine welt weiter seid ihr okay ja die anderen sind wahrscheinlich eher unterirdisch hier drüben bei mir ist nämlich das offen dann guck ich jetzt einfach mal hier dieses dungeon rein oh gott das war knapp das wird lustig das wird schön gehen wir vor die hunde gehen au das ging schnell okay das wird nicht einfach da waren wir vorhin und haben das ganze gold abgebaut ach ja damals was heißt damals das war vor ein paar minuten vor 40 minuten oder wann haben wir die aufnahme gestartet keine ahnung wenn du die gestartet hast punkt 18 uhr punkt 18 uhr hier schön das gold abgebaut so die frage ist wo ist so ein blödes dungeon ja ich habe hier eins in dem turm kann man runter aber ich bin direkt nach der ersten ebene schon das erste mal verreckt nicht sehr erbaulich falsch an falsch an nope ich habe einfach zu wenig energie und ich habe mich nicht geheilt deswegen heile ich mich jetzt erstmal mit lustigen Sachen die hier ich sollte Türen manchmal öffnen und nicht klein schlagen komm mal zu dir hm also im dungeon sind mindestens eins oder zwei wo wir da finden werden wahrscheinlich geh ich mal davon aus ja mommy hier ich habe eine lebe ja ende da jetzt kommt das leben brauchst hier liegt überall rum ich hab voll die sache nicht mit haben wir nicht alles ein in zu viel arbeit ist alles einzusammeln sehr schön wir haben jetzt auch genug splitter oder fragmente um das fertig zu machen was gibt es denn hier da geht es wieder raus so wie ich das sehe dann gehen wir doch mal hoch holen wir gerade hier ein bisschen erfahrung meine kisten hat so unmenschlich viel erfahrung hier oben geht es nicht weiter auch cool hat einen deckel drauf gemacht aber gucken kann man ja mal und da geht es auch hoch wow wow die habe ich geig sind ich habe ich nicht hier woher hat wieder kisten lassen ist die erfahrung rauskrabbeln noch so wie jetzt wieder nicht weiter okay ich glaube man hier in der wand rein gucken ob es da weiter geht ne die scheinen nichts zu machen oh geht es da weiter? nein okay toll rüttel dich hoch aber wir haben ja hier drüben noch ein bisschen was aber hier ist auch nichts hier ist auch nichts hier sieht auch nicht so aus okay da mal ein loch in die wand machen ob da was kommt mhm scheint nicht so irgendwo muss was sein ja muss muss aber da haben wir noch irgendwo ein anderes ich glaube dass wir sind irgendwo noch abgebogen kann es sein oh stimmt ja wir sind abgebogen ne das war ich hier beziehungsweise wir sind hier unten ins loch rein ich glaube da da gibt es dann bestimmt irgendwo auf einer anderen seite nochmal ein anderes loch ne drüben wir wieder hier gibt es bestimmt irgendwann an den Seiten noch so ein Loch drüben Nee, da geht's raus, lol. Na gut, du willst mal wenigstens rauskommen. Hm, okay, kein gutes Dungeon. Warte mal, hier drüben sind noch komische Sachen. Da war doch irgendwo noch eine Mine oder so. Da hinten ist noch ein Turm. Hinein da, hinein da. Wir sind sogar zwei. Na, perfekt. Das verdoppelt unsere Chance. Ein ganzer Komplex. Also jetzt hoffe ich mal in einem weitergehen. Ach, geh doch weg von mir. Machst du einen Grunzer? Äh, Kult. So. Eingang, zeige dich. Er ist hier, er ist hier. Schon auf dem Weg. Wo kämpft du doch? Ich brauch mehr Erfahrung. Dann los, erfahren. Oh, hier krieg ich noch ein bisschen was. Unter Level 19 komm ich nämlich nicht weiter mit bei Rüstung. Wo ist er? Wo ist er? Ist er tot? Ich weiß nicht so. Hm, komisch. So. Hallo. Wir können hier mal ein Fesseln kaputt machen. Oh, ich muss mal wieder schleifen. Nein. Ich hab auch mal hier schliffen. Das ist echt, das geht weg. Gibt's hier. Nix spannendes. Hier geht's zumindest mal tief rein. Das ist viel versprechend. Da ist noch eins. Ha, siehste. Jetzt machen wir erstmal hier das ganze Zeug kaputt. Genau, ich bau mal kurz noch aus den restlichen Splittern ein paar Klötzchen. Denn Erfahrung nehmen wir auf jeden Fall mit. So, ein Klötzchen müsstest du machen. Oh, hier ist ein Football. Möchtest du ein Football? Ich hab ein Football. Da liegt noch einer. Ich hab 16 Footballs, wenn du es genau wissen willst. Äh, was? Ich muss Splitter machen. Okay. Ja, du müsst einen Block machen. Klug, klug. Klug.